ARD Text im Auftrag von Funk Ah, kein Ding. Das ist ... Ich weiß noch einen, glaube ich. Das ist Mitch Bacca. ARD Text im Auftrag von Funk Machen wir so. Können wir mal kurz ein Beispiel machen? ARD Text im Auftrag von Funk Ganz intelligente Mensch. ARD Text im Auftrag von Funk Ja, ich weiß ja auch. Ramos und Cristiano Ronaldo, oder? Ja, wäre richtig. Ich wäre jetzt gewesen. Wo ist das? So weit hast du verstanden? Ja. Ich denke. Was ist denn? Was soll los? ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Nein, Diaz. Conor McGregor. ARD Text im Auftrag von Funk Ist das mein Punkt? Warte mal. Also, wir haben auf jeden Fall ... Was ist das? McGregor. McGregor stimmt auf jeden Fall. Und ich bin besser. Was? McGregor und ich. Nee. Was ist denn da von dir, bitte? Die Ohren, würde ich jetzt mal sagen. Leider. Und vielleicht die Haare. Kass. Aber Leider würde auch passen, oder? Er ist ein Leider. Das ist ein Gegner. Ach so. Okay, gut. Also zwei Punkte jetzt für mich, oder? Okay, kein Problem. Okay, kein Problem. Scheiße. Zwei Punkte oben. Zehn hat mal. Ob du Schätze. Drei. 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 Ich weiß noch einen, glaube ich. Mich Backa. Und? Und, äh. Äh. Boah. Ist das The Rock? Warte mal. Ich versuche Mitch Bacca und... Wie heißt denn der von Fast & Furious? Ja, stimmt. Wenn diese... Hä? Wenn diese? Na gut. Lass mal, zählt nicht für dich. Also zählt auch nicht für mich. Boah. Boah. Warte mal. Ist das wirklich James Bean? James Bean? Nein. Wie heißt der? Mr. Bean und Jose Mourinho? Ehrlich? Ja. Oh krass. James Bean? Aber ist das Fehler mit James Bean? Was wäre es James Bean eigentlich? Wenn du wählst, machen wir 0. Nein, das passt schon. Ähm... Unser Coach... Gerardo Cejohane und Roger Federer. Bob Marley und ich. Auf jeden Fall. Boah, das ist auf jeden Fall ein krasses Bild. Wenn wir jetzt so lange haben... Ja, ich will das. Das ist mein Ziel. Ja, wird schon. Ich denke, ich weiß... Das müsste... Vollborn und Oliver Kahn sein? Er ist ein Vollmond. Das ist ein Rekordtorhüter von beiden Fählen. Also Oli Kahn kriege ich auch hin, aber kann er auflösen. Was? Was für ein Lukas Radetzky? Da sehe ich aber nichts von Lukas, muss ich sagen. Also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Kiesling und Nowitzki. Boah, das könnte in echt so sein, ne? Passt schon. Er passt auch, finde ich. Boah, wer ist denn der Zweite? Der Zweite ist schwer. Ja. Also einer ist klar, aber dann bin ich raus. Das könnte auch nur der sein, oder? Nee, nicht schon wieder ich. Keine Ahnung. Sind wir raus. Schließen wir. Der eine ist klar. Ja. Und ein bisschen weniger von Bruce Willis. Schwarzenegger und Bruce Willis. Was? Und was davon ist denn von Bruce Willis? Auch schwierig. Sehr gut, weiter geht's. Wie heißt der? Oh, wie heißt der? Wie heißt der? Oh, fuck. Ich kenne nur seinen Dingsnamen, wie der im Film heißt. Wie heißt der? Also der eine ist klar, aber wie heißt der Schauspieler nochmal? Also ich... Den Namen des Charakters hast du leider nicht geändert. Nee. Wie heißt der? Ich weiß den Nachnamen, glaube ich. Ja? Ja, dann probiere ich das. Dem hierbei und Keen. Der Schauspieler Keen. Heißt der Keen? Der hat gerade so viel Geld gespendet. Das habe ich noch gelesen. Also Keen heißt... Der mit den langen Haaren... Ich glaube der heißt nicht Keen. Oder? Der heißt nicht Keen. Nein? Ah ja, doch, den meine ich aber. Keen, Keen, Keen. Janu Rees. Janu Rees, Keen. Den meinte ich doch. Aber das können wir leider nicht. Das können wir nicht. Ja, ja. Flo Wirtz, Bernd Schneider. Passt auf. Oh Gott. Okay. Vielen Dank. Winner? Danke schön. Danke schön. Danke schön.